ja herzlich willkommen zurück in h1 z1 the lone pine development wir sind nach wie vor auf dem badlands server und sind dort mit dem base bilden halbwegs fertig und ja gehen jetzt ein bisschen durch pleasant valley farmen und ein bisschen jagen die sommerpause ist vorbei es wird wieder regelmäßig folgen geben h1 z1 rangito squad wird eine neue serie werden und natürlich gibt es auch wieder die ein oder andere battle royale folge also seid gespannt und bis bald euer jackal hier an welchen valley muss ich leider sagen was heißt leider sagen also sagen hier ist nichts das ist ein bürogebäude hier ist nix wo finde ich dich weißt wo die garage ist welche garage ach die tiefgarage ja weiß ich da bin ich ich kann so die häuser davon nun erst mal und das zeug fähig ist auch kein problem haben wir keine munition gar nichts mehr haben gar nichts mehr ich war auch nur so blöd und habe eigentlich alles in die kisten weil ich mir gedacht habe naja ihr könnt das zeug alles brauchen meine ganze munition die ich hatte weil ich ja wusste dass ich übers wochenende vermutlich nicht zocken zum zocken kommen meine helmen abgelegt alles das einzige was ich nur angelassen habe ist die tactical die ist wenigstens noch das ist ja auch nicht warum der hellboy nicht die munition mitgenommen hat als oft eingangs er hat und extra noch einen zweiten account damit er quasi er hat quasi noch einen account damit er quasi Sachen immer safen kann man hätte sich auch überlegen können ob man nicht irgendwo auf der insel einen backup stetsch gräbt wo man so die wichtigsten sachen drin hat sparkplugs metal sheet ich kann auch nicht glauben dass der server gerade low ist ist warum ist der server nie low ist oh schnecke okay und ist ohne auch vitamine Okay, ganz geil. Es ist nichts hier, ist der Wahnsinn, nichts zu finden. Hast du vielleicht wirklich recht, dass da gerade jemand war? Ja, ich habe gerade Angst, dass ich dem in die Quere komme und ich habe immer noch so einen Bogen. Ja, oder? Doch, das ist ja, wenn ihr nicht mehr... Da ist ein Shotgun. ... 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 Ja, ich bin in der vorderen Siedlung. Ich meine, jetzt sehe ich gerade, was gehört. Ich komme jetzt zu der Brücke, wo es Richtung Hochhäuser geht. Ich muss langsam zumindest. Ein Kompass, das ist schon mal wertvoll. Spieler. Alles da? Das ist schon mal wertvoll. Da ist der gute Herr. Weißt du was? Weißt du, wie der gute Herr heißt? Wie meinst du, das wäre der gute Herr, der Spieler? War einer im Oberkörper frei mit einem grauen Motorradhemd. Nein, nein, nein. Ich besele. Ich habe die Herr. Ich bin tihr. Ich bin für einmal. Du bist aus. Der ist eine Ausgabe, als es ist. Ich bin für einmal. Ich bin für einmal. Ich bin für einmal. Wir müssen noch einmal. Ich bin für einmal. Da ist ja nix, das war ein Bambi alles, ja. Ich bin jetzt dann gleich bei den Hochhäusern mit den Tiefgaragen, ne? Ich hoffe das sind die. Ich hätte den Sparkplugs dabei, falls du irgendwo mal nen Autofrack findest, wo nur das fehlt, dann... Weiß. Ich sag's dir bisseit. Bingo Bongo. Ich bin jetzt bei den Hochhäusern, wo quasi keine Tiefgaragen sind, sondern oben, am Berg oben, die letzten, bevor es rausgeht aus Placent Valley. Ach ja. Ich hab mich leider verlaufen. Hast du nen Rucksack? Ja. Ich hab auch schon, äh, gut Scrap Metal dabei. Wie viel hab ich denn mittlerweile 13? Das Farm ist heute Nacht, das ist kein Witz, ne? aber ich habe mich der Fall im Kurs befanden um den Bläden wenn ihn und 20 Euro sollen hatten dann so nach 300 Grimland Sonnen der Aufwand nach dem Moment Schottmann sehr schön drei Schuss sind Oh, wie geil. Buchhäusern? Jetzt wäre ich noch eine Shotgun finden würde. Dann wärst du glücklich, sagst du? Ja, Tim, Servus. Ja, immer noch. Ja? Ja? Was willst du? Geh mich auf den Sack, Tim. Okay, voll leiser. Das ist doch eine Harmonie hier zwischen uns, ne? Der Wahnsinn, hey, man spürt quasi wie die Liebe sprießt. Dann könnt ihr den noch mal sehen. Und auch die Eier. Du uns auch. Ja, da hab ich's aber gestern anders gehört, Jun. Ja, ja. Ach, nö. Komm schon. Oh, was haben wir denn hier alles? Bucksack, Conveys. Das ist ja schön. Hast du mal selber aus so'n Rucksack? Ähm, wir haben hier, ich hab hier, wir haben hier im Fetzel, ähm, zwar jede Menge, oder drei Stück schon, aber... Ja. Welchem Server seid ihr? Von Server. Astiis. Bad Lancer. Ach Gott, er ist auch der Ende. Sieht dich etwa aus? Du bist schon mal als die Kirsch? Nein, das stimmt. Nein, ich rist mich. Ich rist mich zumopediaere. Ich rist mich mal. Du bist doch. Ich rist mich. Du bist glücklich. Das ist schon mal. Doublich. Habe ich mal. Du bist, du bist dum. Du bist. In dem zweiten Hochhaus. Dann die hier Crowbars oder was? Nö, alles was rumliegt. Ja Marcel, hast du gestern gehört, was hier ein Action war dann noch? Ja, wir wurden dann nachgerated, das ist also viel wichtiger als die Action, die irgendwo waren. Ich merk's. Nein. Nein. Nein, mach dich vom Hacker für... Alter. Das waren aber Täter, die uns gerated haben. Ich merk's. Weil die Tore sind zu, aber alle führen mit. Alter, was soll das? Was ist das für eine Müllkacke? Kriegskanacken-Ausländer, wahrscheinlich irgendwelche Folgekinder, die nichts anderes zu tun haben, als irgendwelche Hexen zu nutzen. Weil hier ist nicht zu sein. In deinen Augen ziehen also alle Ausländer. Naja, aber es sind wahrscheinlich irgendwelche, Hauptsache keine Deutschen. Weil ich glaub' nicht, weil die Deutschen nicht ziehen. Ich wollt' grad sagen, also ich glaub', es hat mit der Nationalität mal gar nichts zu tun. Deppen gibt's überall auch in Deutschland. Alles weg, und ich hab' heute Nacht mit Stefan, wir haben gefarmt für unseren Shelter, wir hatten 19 Storage-Container, die wir nicht aufzählen konnten, Working Bench, etc., dann haben wir noch für die Gruppe fast 287 Scrap-Metal, 26 Metal-Bars gefarmt, alles weg. Glaub' mir, ich hatte auch noch für die Gruppe hier zwischengelagert, was wir halt dann noch brauchen. 200 Scrap-Metal, aber alles weg, und meine ganzen Pro-Bars. Idioten, Alter. No, no, take this, take this, it's okay. No, I kill you, not. Take this. Mit dem ab, Alter, das hab ich noch nie gesehen. Schiss oder was? Kim?! Der kommt mit der Pumpkan auf mich zuerst und ich hab' nur die Handkunner in der Hand, weil ich dachte, kommen die Pumpkanl lässt dich liegen. Er sagt schon, ich sprop die Shotgun, ich sprop die Shotgun, bitte nicht hier, schmeiß- nichts hu-ından Shotgun, jetzt nicht so, wax? Nuh, servus. Andi Japan? Ja? Ja? Erst euch, die ganzen Kisten sind voller Cowboys. Hab gefarmt. Jo. Ich hab ne Tür in den, also nicht reingesetzt, sondern ne Tür schon gemacht für unseren Hauptshelter. Dann für uns, den Shelter hab ich Türen gemacht. Eine. Ach ja. Ich pack mich auch grad ein bisschen ab. Matthias, wollen wir uns jetzt irgendwo treffen? Ernsthaft gesagt, wo ich bin, oder? Ach so, ja, ich wusste nicht, dass du da wartest. Ich dachte, du bewegst dich auch weiter. Ja, es lauf immer die gleiche Route. Weil da ich im Moment nur mit dem Session unterwegs bin. Ähm. Ich muss es grad mal überlegen. Ähm. Sag mal nochmal die Koordinaten. Immer noch an der Feuerwehr gegenüber an den Bürogebäuden. Also links, wenn du vor der Feuerwehr stehst, auf der linken Seite. Bürogebäude, die zwei grauen. Also ich glaub, jetzt zur Feuerwehrstation. Okay, ich komm zum Feuerwehrherr. Vorher. Ich geh halt aus dem Supermarkt raus und lauf jetzt zur Feuerwehr. Ah fuck, da läuft einer. Das bin ich auf der Wiese, falls du mich meinst. Ja, er hat sich jetzt hingelegt. Ne, dann bitte ich das nicht. Wo ist der? Feuerwehrstation. Drei Stück vor der Feuerwehrstation. Wo bist du denn? Warten jetzt, ob ich rauskomme. Die kommen zurück. Scheiße, ich muss weg hier. Geh jetzt hinten aus der Feuerwehrstation raus. Raus. Ja, ich bin links neben dir. Wo? Da auch einmal Laufen, aber die kommen. Von drei volle Quipeläubigungen. Nein, laufen sie schon. Ich geh in die Hochhäuser. Ja, ich auch. 19 Prozent. Weil du blutest, ne? Ja, ich weiß. Solltest du das nicht... Also, schnell stoppen. Ja. Acht Prozent, sieben Prozent. Okay, geh mal hoch. Ja. Hast du die Häuser hier geslootet? Nein, hier war ich noch nicht. 18 Prozent wieder. Ich geh mal ins vorletzte Stockwerk hoch, ja. Mach das. Ja, das ist das vorletzte jetzt. Hier ist noch Munition. Oh Mann, ich hätte Sniper-Munition, aber keine Sniper. Auf dem Dach hast du vielleicht Glück, aber... Also, dann geh ich jetzt aufs Dach hoch. Ja, ich bin noch im Haus, ich laufe hier bis zu den Räumen, klar. Sollte ich gerade noch sagen, denk dran, ich hab'n blauen Hoodie an, wenn ich da reinkomme. Also, ich... Blauen Hoodie... Jetzt, keine Ahnung, vorletzte Tage, glaube ich, oder so. Ich schaue gerade Richtung Feuerwehrstation, ob die mitgekommen sind. Aber bisher seh' ich nix vom Dach aus. Dann sind wir schon hier im Haus, Ben. Hörst du was? Ich geh'n, ja. Ich bin's? Jetzt auch am Dach, ja, ich weiß. Okay. Da oben wär' ne Working Bench. Soll. Und ich hab' ne 5, äh, ne 44er Magnum hingelegt, falls du Munition dafür hast und... Ja, ich hab' ne, ich hab' ne 380er, die war. Okay. Ich glaub' ne 3 Magnum Schuss, dann glaub' ich. Warte mal, ich dropp' dir hier nen Schuss 380er. Oh, ja, haut'n, wieg' mal hin. Also, Jack, du bist'n nervös, wa? Nee, ich hab' bloß keinen Bock, jetzt hier einfach weggenutzt zu werden, weil dann war alles umsonst hier. Aber sieht nicht so aus. Ich glaub' die sind weitergelaufen. Weil... ... Hast du geschossen? Nein. Z rover schuss, hier, gerade vor uns. Schauen das hier nicht vom anderen Hochhaus rüber. Dann laufen die Zombies denn hier unten? Da sind alle da zu dem Haus. Zu welchem? Zum Hochhaus? Alle aus vor uns zu dem Hochhaus. Hey, da hat einer einen Bogen gespannt, hast du das gehört? Ja, da hat einer einen Bogen gespannt, hat einer einen Bogen gespannt. Ach, hier oben da. das ist auch so ein Zettel Pumper am Rundenjungen sollten vom Kopfhau nicht warte mal, hast du ne Pumper, dann kann ich dir Schuss geben warte, warte, warte da, drei Schuss halt, ah scheiße, jetzt hat er eins gemacht oh krank 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 bei mir noch toll jetzt fühlt es sich was soll ich dir den Rucksack geben wenn ihr ganz im Eichmann ist so getrun naja nicht so schnell ja hier 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 Da ist die Kiste, kannst du das Klob-Mittel reinfragen. Was ist los? Hast du dich gestoßen oder was? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ach ne, meine Knie sind im Arsch und ich hab mich grad falsch gedreht, Alter, das Knie. Oh shit. Oh shit. Ja, was brauchst du alles? Scrap Metal rechts oder links? Ja, Scrap Metal kannst du rechts reintun. Sonst, keine Ahnung, das ist noch so safe, Munition oder so. Scrap Metal lässt er sich rechts nicht reingeben? Rechts doch, mach nochmal. Ich war gerade dran. Kann sein, dass du es jetzt ist. Ok. Ne, lässt er nicht. Ist zu viel Zeug drin wahrscheinlich. Ganze. Metal Sheet. Broken Metal Eyes. Ich seid in der Check, ne? Ja. Ich bin jetzt, komm jetzt rein. Ich bin jetzt mit dem Auto oder auch. Ich bin jetzt weit dran. Ich bin jetzt mit dem Auto dahinter und das hat ja recht gegründet. Ich bin das nicht. Ich bin jetzt mit dem Auto dahinter mit dem Auto. Am Mund ist ja, die Auto dahin, das war nicht, da rum zu lassen. 웅10, bis... Ja, hier kommt Stefan nur, damit wir hier die Covers haben können. Okay, jetzt können wir eine Runde laufen. Ja, ich nehme mal die Sparkplugs mit. Gut. Was habt ihr denn hier für einen geilen Militär-Obsack? Warte, bleib mal stehen. Ich starte aus meiner Gruppe rein. Lass mal hier rein, die Post. Die Taisen, oder? Mhm. Der Tim erinnert sich doch auch immer direkt schon an den Steam-Sau. Oh, ich brauch was zu trinken. Darf ich mir da was rausnehmen? Ja, das ist doch so einfach. Und dann tust du die Lernflaschen einfach wieder rein. Mhm. Das sind eh nur Flaschen, die du da im Büro findest. Ich finde das passt. Jo, also wegen mir, komm raus. Ja, warte, ich mach mal meine Hose. Ja, warte mal, so die 1911er braucht ihr die nicht, oder? Nehm ich... Nehm ich... Meine Mitte liegen ja um den Boden. Das sind die... ... 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 ... ... Mh Für mir ist Kamera Geil, er hat auch sogar eine Skimaske auf, wie gefährlich, schaut denn das aus Beutel auf dem Boden, seht ihr das? Ja Ich sehe hier nach oben ab Das sind aber nur Zombies, alles gut nur Zombies Ich habe mal die Zombies, wir sind ausdrecksen Böhm Wir haben die Zombies mal kurz ausdrecksen Wo woll'n man hin? Ja, ein Polizei-Revy, oder? Okay, cool. Was ich hören? Warte mal kurz, save jetzt mal. Keine Bewegung. Spiele. Das ist wieder, ja, ja, den kann man töten. Gut. Das ist auch ein Bug. Alter, der hat voll viel. Ich nehme die Zombies mit. Ah, ne, die sind immer noch, da kann man ja, kann man ja. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Das ist voll viel, das ist voll viel Sniper-Money. Äh. Ich hab's genommen, das war ne Sniper. Da müssen die Zombies da wegziehen. Da, ne, einer nimmt die weg und Marcel geht die ihm looten. Na, warte. Na, ich loote schnell, sind sie noch. Äh, Tim ist immer der Astral schnell, damit er sich die Hälfte mal selber einsacken kann. Da, ne, der ist wieder. Hier ist nicht wieder, der ist tot. Also fuck, alter. Kann ich alles looten, ich komm nicht ran. Da, Ja, ich bin immer. Da müssen wir weg, das sind die Russen. 21. Ey, ich bin tot. und hinter uns ist das der Ludwig das Warte ich habe folgendes und noch auf wird wenn man kann das war der Lunde der Lunde und dann kommt es muss man nicht wollen nicht bei ihm Mnum diese Freizeit ist nicht was man so nicht Reload und erdelt den den Lutzung hey Timmetz lockt die endlich mal weg die Wichter führen ich kann nicht mehr klicken ich frage die Versuchung wollen immer zu Teckel deshalb muss ich wieder hinlaufen und die zu mitziehen in der Laufschild und erlaubt man sich und noch man auch nicht mehr wir haben auch noch mal ein Grund auf ein Gespräch ein und auch wieder auf aber ich habe noch ein Wort so schon es ist es sich scheiße der Mann bei mir dann ist hat mich hier an den Abteilchen da Kuhn beim Anfragen ist das doch jetzt Teckel du kannst gleich gut kommen jetzt alle hinter mir weit mit dem was du das checker nein ich weiß wenn die Probe oder auch der Wundernstück und die Säcke sind als Neutrennung als Nubus Bonn sind ja ja warum wollen Sie immer sofort zu mir die Kicker wo seid ihr genau dann komm ich da rein oder weil es auch wurde bei die Spitzen jetzt hinterher ich brauche nur ein bisschen klar so schnell bin ich nicht da ja gut ich bin hinter der Polizei fließen ja da kann sich direkt alles wieder aufheben weil du nackig bist Rucksack alles anziehen Ach kacke der eine Scheiß zombie sind alle noch Leute wie sie sind okay dann laufe ich jetzt seit der Polizei und lüte alles ja dann würde ich sagen wirken sie laufen bei den Städten wenn ihr beide zu uns hat das zu nehmen was er alles noten kann ich glaube er ist am besten wenn man nur wenn du mir kommen soll hinter die Anträge ich bin doch alle noch die Lieder die man sich hinterher ich weiß ja nicht wieso lauf halt nicht wieder zurück lauf weiter weg die sind doch immer mehr oder schweißen die ist uns auch in die Richtung den der 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 die fach die Abwarten darf man der hat er hinterher Haus direkt vor ja hier immer der Fokke das ist einer so weit wenn du kleiner Spannkurser immer noch nie gelassen bis aufgrund von seiner Klappe ich weiß nicht was wir tun eine Nutzung zu Leuten weg von dem anderen die Lauf immer aneinander vor so dass sie immer schön zu uns kommen und Jekyll du Ich bin gerade hinter dem Lauf vor dem Spieler weg. Hast du keine Munition? In welche Richtung läufst du? Gut, dann helfe ich dir eben nicht. Ich weiß nicht, in welche Richtung erläuft. Ich bin jetzt Richtung Tanke. Ich habe keinen Schuss mehr, Blute und kann gerade gar nichts machen. Ja, das kannst du ja trotzdem sagen. So, ja, damit ich weiß, wo ich hinlaufen muss. Ich bin nämlich hier am Pleasanten, weil ich lauf zur Polizeibeviel, der wird wahrscheinlich noch so weg. Da sind dann wahrscheinlich immer laufen. Ja, das ist ein zweifels, die Gegner, die haben auch ein Jamaika-Back und... Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ihr hier am Polizeipräsidium die Laufung und die Zeit direkt auf der Straße vor der Wand, an der Wand, wo die zwei Toren eingehen sind. Da liegen die Säcke. Nein, das ist einfach im Blick. Ja, ich sehe einen. Da habe ich versucht, zu drücken, als er mich vor. Da liegen ganz viele Rucksäcke, die liegen noch, wenn die Säcke in der Halle da. Einer von den Säcken des Meilen liegt locker mit dem Schuss drin. Da schießt einer mit einem Scout. Spieler kommt zum Pleasant Valley, habe ich gerade gesehen. Wow. Er hat mich gesehen. Ich sitze nur hier vor im Haus, ich darf nur die Rucksäcke. Ich mache jetzt nichts, hauptsache, ihr kommt alle hier hin. Ja, komm, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin bei E7, muss ich laufen. Ah, fuck, jetzt hat er mich. Wo? Äh, hin in den Zwischengasten. Ja, der Säcke hat er nicht so viel, die ganze Munition ist ein Sack von mir und Zim noch. Ja, ich habe auch leicht, 20 Schuss hatte ich noch, da schaut gar nicht, was ich die noch genommen habe. Ich bin E7, hier ist noch einer. Ja, kann sein, dass ich das bin. Weil es ist bushy. Ja, das würde ich das nicht sein. Ja, ich versuche ihn umzuboxen hier noch schnell. Die Säcke sind liegen noch. Ja, ich laufe zum Sack hin, ich habe keine Lust mit dem Säcke zu bocken. Ich schaue, dass ich es schaffe. Ja, ich achte halt wirklich nur auf Säcke, ne, auf dem nicht zufrieden. Ja, ich schaue vorne. Was, der war doch allein oder nicht? Nee, der war doch alleine, ja, ja. Ja, die, die mal getötet haben, waren das nicht, das waren andere einfach. Ja, ja, ich bin E7. Ja, ich bin E7. Ich hoffe, bis dahinter mir. Ja, mich rastend voll aus. Ja, die, Tim. Da ist einer direkt vom Polizeipräsidium. Einer läuft mit den Zombies rum. Ja, das ist wahrscheinlich der, der mich gerade gekillt hat. Du hast kein schwarzes T-Shirt an, ne? Die, die Sachen, die Sachen liegen aber noch alle. Warum? Ja, okay, was hast du für ein T-Shirt an? Ähm, ein schwarzes. Okay, dann bist du rechts neben mir. Ja, ich sehe den Spieler, der hat einen Pulli von euch. Geht einen blauen an. Ja, dann wird ein Säcke dafür getan. Nee, der hat jetzt einen orange-schwarzen. Ja, der hat einen. Den hat er nicht von mir. Ich habe ungefähr davor noch. Ich habe den gekillt. Sauber aus. Mr. Ryan. Ja, super, der hat mich gekillt. Boah, was für eine Spannung hier. Wie es weitergeht, das seht ihr einfach das nächste Mal. Bis dann. Ciao.